hey leute herzlich willkommen zu einer neuen folge von entschroudert neuer folge startet war klar start operieren nun hat angefangen diablo ein bisschen zeug zerlegen was man immer brauchen und also wir können euch die flamme aufwerten einmal näher und zweck mein kopf ist noch ein kopf hin oder linder mutter mutter kopf oder so sein er hat seine erholungskraft geholt ja ich kann jetzt mal gucken was ich skillen so ich habe 80 punkte ich habe immer noch drei mal immer unschlüssig was ist ich habe alles einer sind zwar schluss im pfeil mein schatz doch springen wollen hier ja können wir landen und nie das war der ja ich weiß was war ich aus dem bieter gesehen das hätten wir vorher noch mal die flamme abbauen müssen egal kann man später machen achten sie hoffen käfer da und wir müssen nachher fliegende geister beschwören wir müssen nachher fliegende fliegende daum machen ich bin ja schon wieder halb daum wir müssen weiter gehen am besten ich hab das eine nester daum gemacht 5 muss man hier vorgehen oh da ist ein dicker mob gespawnt oh ich komm zu dir da oben ist noch mal so einer macht er genau komische windangriffe das ist das eine wand kaputt machen kommt man hier durch war nur eins breit weil ich weiß nicht ob das schon ein bossraum ist oder ob da hinten der bossraum ist das ist doch eine kiste bogen und ein metallstreitkolben nachkampfwaffe ja 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 und du die dings an der ziel für beide ja ja max habe ich schon vergessen ja das sind kaputte fälle dazwischen nun einfaches loch einmachen nur ein einfaches loch einmachen ja da drin steht ein dicker muss auch so ein flug vorziehen und dann jetzt so machst du das das kann feuer schaden macht gut schaden schnitt effektiv normaler schaden es kann schreien gehen wie sie erst fach boy und schreien die genannt ich kann mich gerade schieße fach voll genannt so was aber auch sind ach wir sind hier wieder in dem raum leer raus raum scheiße junge uah 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 tot ja da kalle braver und braver und wir haben ein problem plus wir müssen hier irgendwie raus und weg kommen vom ersten mal ja mal einfach laufen ich sage es halt die wenn dort ein rotes kommt haben wir ein problem wenn ein rotes kommt ja vielleicht kriegen wir mal raus ohne rotes ach nee guck mal hier war der eingang na lol da waren wir doch oder? ne doch ne fark ne doch noch die store verkünden da in will ach nach unten sind noch wölfe ne ne mal da sind genau zu uns her das ist ein normaler wo es war da unten oder das kopf ist was da irgendwas sein muss ich habe keine granaten zum sprengen ich will alles ausgaben auch keine granaten mehr spinnen was bin ich bin es gibt spinnen nach der stadt und wolf jetzt was unterwegs dazu musst du geknuddelt werden weil es wieder für dich auch noch im erzhaus was wir tun dass du nur was wäre oder ich sehe gar nichts moment ich werde ich bin ich bin meine sichtige verdeckt von langen leicht vielleicht verpflichte mich zu nichts verpflichte mich zu nichts wer da war nix drin sonst reingebuddelt ach da hinten ist das rotes alles los ist so gut uch dp Hast du das Gebäude hier schon drin? Ne Oh nein, es ist dunkel Die bricht benötigt Ratten Oh nein, Ratten Noch eine Ratte Da unten so dunkel, dass ich die Ratten jetzt sehe Au Heilungsstuhl Ich habe die Ratten Ich habe die Ratten Ich habe die Ratten da haben wir da drauf mal das daumen das war ich euch mal ein zweites stockwerk obendrauf und von oben runter gekommen ich war mir ganz rum das sind doch die dach oben was wenn sie noch mal gucken würden Ich hoffe, es kann da auch nur Dekos sein. Oh nein, ich weiß nicht, dass es über den Kisten kommt. da oben schauen noch am dach sind nur deko du warst immer hochkommt ne ich sag nur dass da oben noch am dach ist ich glaube ohne grüße so kommt gar nicht hoch ja hier sind zwei betten das ist nur dunkel genug ja äh wärme lol wenn wir level 15 ne ist besser als bei uns zuhause ich bin nur level 9 bei mir ich bin level 15 mein besser aber da muss doch irgend ich bin durch den loch da hochgejumpt ach doch ich mein loch da oben gibt es nix nachgehen doof blizzard nächste lunapack celestial 6 mount bundles no sale nächstes mount bundle 50 euro also ich nix mehr nehmen können wir uns eigentlich zurück also schreinerlager waren wir schon ist das wo wir grad sind schreinerlager oder schreinerlager waren wir gerade eben wo nur so ein kleines lager waren wir nicht ich komme jetzt kurz rum zur flamme macht die flamme weg ja und ab nach hause so was er aufwertet ja viel ich fand das gleich mal so leicht ist gerade ein bogen aufwerten da ist nur blau ordentlich ja gut mein bogen ist um 3 hoch und die waffe die ich hatte ist insgesamt um 5 hoch ja her ja hat ja 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 ich 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 jetzt gibt es eine neue quest oh mein gott wir knistern der würde drunter oder kummer sogar im brennhof bauen neuen gleiter dieser geister magiestab ist ein normaler stab kein zauberstab ne ne ist ein stab wo du spielst daraus steht so eine rüste zauber aus um sie zu wirken der letzte satz eine beschreibung hat sogar ein klo hinsetzen in klub die linken müssen das sind warum noch erbaut die bäuerin oder ich brauche mich wieder zu dem turm ich erwarte es der überhalt von der brücke der neben ding ist dem elixirbrunnen gerade drin waren wobei wir haben auch direkt einen elixirbrunnen neben der bäuerin ja dann können wir dann auch nochmal einen neuen ding das sind voller vom ding auszugehen von der salzmine ja ich weiß nicht auf dem weg noch die eine quest gemacht wo ich drauf war auf der suche nach verborenen gräbern das gab der königin das gab mal der königin auf der suche nach verborenen gräbern ich habe hier das gab mal der königin und der mörser des alchemisten aber nicht auf dem weg sondern rechts daneben ich habe genau zwischendrin die zählen für mich nicht wenn du aufwertest ich lande sogar auch hier drunnen ich lande sogar auch hier drunnen wir lernen es aber und es gibt noch eine andere Oh, die Spinnen geben Garn Nice Ich habe so ein schlechtes Gefühl dabei, hier es aufzumachen. Glaubst du das? Ja Da werden noch ein paar Spinnen getötet Aufgemacht? Ja, haben sie aufgemacht Es ist abgeschlossen, es gab Knochenblock, du könntest mit Knochenblöcken bauen Okay So, das neue Ding, da können wir auf dem Weg noch den Schrein mitnehmen Oder die zwei Schreine eigentlich Ich gehe nach dem, mal gucken Oh fuck Ja gut In den Spinnenzicken kommen die Dinger raus So 80 Meter ungefähr im Pintenschrein Ah, der ist da oben drauf auf dem Berg Was, Schatz? Also schon im Kühlschrank Jetzt haben wir gehen lieber in die Richtung Okay 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. so ein fan schnell praktisch von wegen der kommt natürlich mit einem schuss halb leben ab ja weiß jetzt warum ich fast tot bin weil es ging nicht so effektiv ich habe mal ein eis dafür guck mal da gibt es da mal wieder Dings Das ist... Awesome. Das ist mein Vater. ... ... ... ... ... Oh, 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 oh. 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 Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. und eine schlava pass auf man kann man auch laufen was ist da um zu erkunden ob das ist hier los und eine kleine truhe und eine goldene truhe ich hab hier einen schalter ich hab hier eine kletterwand ich hab hier blitzboards ja da war ich auch gerade den schalter habe ich schon einer von drei blitzboards und sogar aus in spawn point was zum rüber angeln ich war hinter dir ich war hinter dir was zum rüber angeln hier ist ein schalter oh nein ich bin in die laba oh gott sei dank ich brenne ich finde es doch doof dass du dich nicht mehr ranziehen kannst doch du musst schwer das du musst loslassen dann wieder dings weiter angeln ja aber wenn du ein stück zu weit weg bist ist das seil zu lang na weißt du was ich mein das problem ist aber extra noch nicht oh wie komme ich denn da hin da ist ne kiste ist ein loch hier will ich da nicht reinspringen na vielleicht ah im greifwagen komme ich da hin beile ah ich hab gleich den letzten schalter ich muss jetzt mal versuchen darüber zu hangeln jetzt geht's wie gesagt du musst halt das timing richtig haben da war ich oh ne komme ich hier wieder hoch nein ich komme hier nicht wieder hoch shit war schon egal ach doch komme ich gut ach da unten war ich da gab es die kiste kaum zu den bauern ist offen ja ich komme sofort muss ja oben noch ein bisschen angucken da war schon auch im außenbereich ja aber war das der weg zum zweiten oder zum letzten schalter gewesen kann ich sagen wir springen hier einfach runter in der mitte ja auf der anderen seite ist eine versteckte tür wie kommt man auf die andere seite hoch bett bett so eine geringe höhe der fallschaden schon heftig ist da gefunden ja jetzt alle kommen wir kommen das spiel relativ schnell vor auch mit moment und so weiter ich sitze mit palmer oder mit anderen spielvergleich ein gutes rennen ist sehr schnell ich tue es mal außer von mir erstmals haben wir noch voll wenn man kann das taschen ich habe kaum so viel zum zerlegen ich habe gar nichts zum zerlegen achtung neun achten da ist das loch direkt achten da geht es weiter runter ich habe hier keine ahnung achten wir einfach dass keine käfer kommen achten wir mal der links ist der links so ein schlechtes gefühl gerade in mir dass gleich nicht irgendwas böses kommt ja da sind sie schon oh ja ich verarschen ich bin tot das schwert regelt weil sowas muss ich sagen er macht das ding kaputt aber noch mal eins haben wir noch irgendwo so einen komischen bau aber selbst die axt hat keinen guten aoe schaden doch der zweite ist der zweite hit jetzt gehen wir über die planke ach komm mal da können wir wieder hochklettern au wotde fuck alter wotde fuck alter Ja Da gehst du nach oben? Da ist irgendwas dickes Dann können wir nicht hitten Risk it for the biscuit Der ist stuck Geil Eine Pfeile mehr Alles gut, effektiv Und Hinterhaltsschaden effektiv Und ich mach damit nur 52 Schadenbröte Vorne ist die Pflanze Oh Oh, oh, warte mal kurz B Du benutzt doch Schwerter, ne? Ja, aber denk mal, wir haben jetzt zu Achtung, ich geh auf zu Darf ich dir jetzt geschickt? Ja Oh, Leute Das ist 3 Das ist schon besser als mein, was ich ja noch gehört Das ist schon nice Ich hab noch mal 2 Minuten, ne? Ich hab noch 4 Ich hab noch 4 Warum schon 4? Weil es geskillt wird Warte mal kurz Äh Aber ich hab mir erst mal dran Hab ich gerade geschickt Ja Ich hatte aber auch so Aber Leute, da bin ich gar nix 2 Minuten Achtung Ne Okay Der bringt mir erstmal Schutz Anscheinend bringt der nur, dass er weniger runterläuft oder so Das ist mir erstmal Ja Ja Aber J.S.E. erledigt Ja Ach, man zieht auch was, geil Das ist nicht auf keinen Fall Er ist nicht auf keinen Fall Das ist nicht auf keinen Fall Total Was ist das Dass ich ihn ausfüllen ain Das ist gut Also ich hab verschossen mit einem pfeil oh mein gott oh mein gott oh gott ist noch mehr stufe 6 hinter unserem käfer wo kommt der denn her aus dem bau noch hinten drum bau versteckt achtung ich muss mir doch mal ein bisschen meli bild zulegen muss ein meli rein skillen oh mein stab ist kaputt ich hab schon einen baukopf ist auch ein bau naja ich hab keinen dietrich dabei auch nicht glaub ich ne käferplage nicht sterben ich komm gegen die käfer nicht an ich hab da schon halbarm genutzt ich hab bloß im global cooldown was sind denn die sind eigentlich gespawnt ach du ich hab nur im global cooldown ich hab schon ok verspawen gehört ich hab schon wieder durch ja was macht und eigentlich haben wir jetzt hier nix ordnung können wir euch porten ja ich hab mich mal kurz zum anderen haus weil ich hab noch ich hab noch eine quest für die salzmine ganz wichtig zu meinem problem ist äh bei diesem miasma drin musst du komplett im miasma zurückrennen so leute das war's mit der heutigen folge ich hoffe ihr habt spaß gehabt auf einen schönen tag ciao 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 ciao